Als er 2012 Staats- und Parteichef wurde, dachten einige Beobachter, Xi Jinping würde China liberaler machen. Diese Hoffnung wurde gründlich enttäuscht. Auf dem diesjährigen Parteitag der Kommunistischen Partei konnte Xi seine Macht weiter zementieren. In einem Bruch mit jahrzehntelangen Regeln ernannte das Zentralkomitee den 69-Jährigen für eine dritte Amtszeit zum Generalsekretär. Somit ist auch der Weg für ein drittes Mandat als Staatschef frei. Im mächtigen Ständigen Ausschuss sitzen neben Xi zudem nur noch enge Vertraute. Experten gehen daher davon aus, dass Xi auch über seine dritte Amtszeit hinaus an der Macht bleiben will. Seit Staatsgründer Mao Zedong hatte kein Staatschef mehr eine derartige Machtfülle. Seit Mao gab es auch nicht mehr einen solchen Personenkult wie um Xi. Heute hat sein Kontrollzwang beinahe alle Lebensbereiche der Volksrepublik durchdrungen. Seit nun zehn Jahren geht Xi gegen die Zivilgesellschaft, unabhängige Medien und akademische Freiheiten vor. Xi ist für die mutmaßlichen Menschenrechtsverletzungen in der Region Xinjiang verantwortlich. Zudem verfolgt er eine weitaus aggressivere Außenpolitik als sein Vorgänger. Auf dem Parteitag wurde die Parteiverfassung auch dahingehend geändert, dass sie nun erstmals Pekings strikte Ablehnung einer Unabhängigkeit Taiwans betont.